Ach, okay. Also, nochmal. Am letzten Mal bin ich ja gestorben. Hm. Weil du mich nicht gerettet hast. Was? Ich war hier vorne schon wieder. Ach so, warte, ich gehe jetzt erstmal auf die andere Seite, da ist nämlich auch noch Munition. Okay. Wir müssen uns irgendein System überleben. Hier ist Muni. Wir müssen zusammenbleiben irgendwie. Ich weiß ja gar nicht, wo du bist. Ich bin jetzt noch gerade einmal ein kleines Stück zurückgegangen, weil hier unten Munition ist. Ich meine, ich habe dich am Anfang irgendwie gar nicht gesehen. Auch. Wir starten unterschiedlich, glaube ich, ne? Nee, nebeneinander. Echt? Du bist nur schon den Weg weitergelaufen, ich bin nochmal ein kleines Stück zurückgegangen. Ah, okay, ich habe dich auch gar nicht gesehen. Komisch. So, jetzt bin ich gleich bei dir. Da haben wir Munition. Ach, da gibt es auch noch einen anderen Weg. Ah. Ja, Gesundheit. Dankeschön. So, jetzt müssten die Viecher gleich kommen. Ich glaube, ich mache mich mal, ja, Pistolen ready. Aber hier geht es auch rund. Ah, oh, wer schießt denn hier? Ey. Ja, genau, ja, da ist. Warte mal. Ah, da ist der Heli. Ah, okay, Momentchen. Die schießen von da, von dem Heli. Das sind ja unsere Kollegen, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Wo du gerade bist. Oh nein, hier kommen diese komischen Viecher jetzt schon. Aber schau mal da oben, du musst auf den Hubschrauber schießen. Ah, okay. Da sind zwei, uah, einen habe ich runtergeschossen. So, Moment. Oh, jetzt ist er runtergeschmissen. Oh. Okay, Kollegen, hilf mir. Oh, ich brauche Munition. Was ist hier? Ah, hier sind noch mehr Kisten. Also, wenn du hier runterkommst, da ist nur eine Menge Munition. Oh, gut. Das hat der auch verstanden. Oh, der war aber schnell tot. Ich habe auch auf ihn geschossen. Hä? Deswegen, ich dachte, ich habe mich schon gewundert. Aber die sind relativ schnell kaputt. Ja. Ich habe jetzt gar nicht erwartet. Gott sei Dank. Oh, da ist noch einer. Ja, ich weiß. So, also wir müssen auf den Hubschrauber schießen. Ja. Ich sehe den dummerweise gerade gar nicht. Also zumindest habe ich auf die Viecher geschossen, die auf dem Hubschrauber drauf waren. Jetzt gucken wir mal, wie es jetzt ausschaut. Uh, der ist direkt auf mir gelandet. Der Hubschrauber. Nee, der Typ hier. Oh, ich komme. Au. Ah, okay. Kaputt. So. Ah. Damit was hier auch mal noch kommt. Oh Mann, ey. Noch mal hoch. Ah, hier oben. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss wirklich. Scheiße. Au. Hier sind vier. Um mich rum. Ich komme hoch. Oh Gott. Ich gehe noch ein zweiter hoch. Ich muss Abstand haben ein bisschen. Ah, sehr gut. Der ist kaputt. Machen wir den mal noch schnell. Der ist kaputt. Voll gut. Das warst nicht du. Also das warst du. Ja. Wollte gerade sagen. Ah, da war noch Muni. Okay. Oh. Wer bist du? Und was willst du hier? Sehr schön. Du bist nicht mein Freund. Du bist nicht meine echte Mama. Ah. Ich habe jedes Mal einen Schreck, weil ich denke, du bist. Okay, Wubschrauber. Wenn ich wüsste, was unser Ziel ist. Wubschrauber. Da ist ja auch das rote Zeichen. Stimmt. Stimmt. Ah, ich habe ihn runtergeworfen. Jetzt da. Hilfe. Ich sterbe. Ich liege im Sterben. So. Ich habe ihn so schön runtergeschmissen. Und jetzt sterbe ich gerade. Ach, du stirbst wirklich? Ja. Scheiße, warte, warte. Ich sage das nicht einfach so. Ich dachte, das ist sowas wie, oh, ich sterbe, ich sterbe. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Okay, ich kann weglaufen. Äh. Aber ich... Ah, da hinten. Ich muss gleich was essen. Neben dir ist einer. Ja, ja, ja. Ich, äh... Komm schon mal zu dir, heil uns jetzt gerade. So. Ah, Gott sei Dank. Okay. Das wäre jetzt echt scheiße gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Ja. Aber das ist echt so, man muss sich erst mal wieder in das Spiel ein bisschen reinfinden. Mhm. Okay. Aber umso lustiger ist es. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Ja, Tür aufsprengen. Hier müssen wir hin. Genau, wir stellen uns schon mal hin. Die machen eine Bombe dran und dann... Warum fliegen wir mit in die Luft? Genau. Aber ist ja Friendly Fire aus. Also fast ja. Mhm. Das wäre völlig egal, solange sie tot bleiben. Nee, schade. Ja. Ich komm nicht hoch. Ah! Als Reppe bin ich hochgekommen. Ich hab irgendwie das Gefühl, wenn wir jetzt hier so schnell hochrennen... Sonst irgendwas Blödes hier noch erwartet oder wir irgendwas übersehen oder so. Mhm. Da war nix. Hier ist was. Ich hab da grad extra gut geguckt. Ja. Oh, was? Ich bin voll. Was? Blatt mal nach, ob du dann immer noch voll bist. Pistole ist voll. Aber Moment mal. Ich guck mal, ob ich vielleicht irgendwas meck machen kann oder so. Ich mein grad die Blendgranaten. Die Blendgranaten brauchen keine Sonne. Handgranate ist besser. Aber ich hab die vorhin geblendet. Das war eigentlich gar nicht blöd. Weil dann waren die alle so irritiert. Dann konnte ich die alle erschießen. Hui! Moment mal. Will die hier im Kreis laufen? Hui! Hier. Hui! Die schmeißen wir mal. Hä? Hör mal voll den Knall. Könnte schon reichen. Ja. Das hat schon gereicht. Äh. So. Ne? Ne? Boah ey, ich hab so Schiss vom nächsten Boss ey. Mhm. Ich muss auch grad mal einen Schluck Wasser trinken. Uh! Das hat mein Gamepad vibriert und es war ja noch runtergerutscht. Das hat mich heute geblendet. Ich schau mal kurz da hoch. Ah! Ich geh wieder runter. Geh wieder runter. Geh wieder gleich wieder. Keine gute Idee. Warte mal, was ist da denn? Eine Waffe. Granatwerfer! Granatwerfer! Granatenwerfer! Wie geil! Oh, ähm. Ja, da von hinten kommt was. Was? Da von hinten kommt was? Alles Gute kommt von hinten. Hm. Das war falsch. 40 Millimeter Explosivgeschosse. Hä? 40 Millimeter Explosivgeschosse. Was war falsch? Egal. Also die Aussage, die Aussage kann stimmen. Das kam jetzt etwas falsch. So. So, wie, warte mal, wie lösche ich das denn? Äh, wie schmeiß ich das nochmal weg? Ich kann die Blendkranz... Uh! Ich mein, es ist ja, ist ja, ist ja grad mal nicht live. Ich wüsste sonst genau, was jetzt bei mir im Chat... Ich kenn ja meine... Ne? Meine Pappenheimer. Deswegen. So. So. Ich muss in aller wachsen. Ja, eben. So. Ich habe hier Blendgranaten, die ich nicht wegschmeißen kann. Das ärgert mich so minimal. Ich schieß hier gerade den Heli ab. Was machst du? Ähm. Ich feuere dich von unten an. Okay. Es leuchtet so schön hier. Ah. Autsch! Ich bin angeschlagen. Ich schaff das schon. Hast du auch einen Granatenwerfer? Ja, ich habe auch einen. Dann mach mit. Ich kann die Position dazu nicht mit aufsammeln. Das ist mein Problem. Echt? Da war doch... Achso, die lag daneben. Oh fuck! Oh! Vorschreck gleich mal mit dem Granatenwerfer. Au! Oh, ich schrecken abgeschossen. Was war das? Das hat mich erst getötet. Geh kaputt. Nein! Der hat einen komischen Arm gekriegt. Also ich habe gerade eben mit dem Granatwerfer geschossen, aber ich glaube kaum, dass ich dich getroffen habe. Keine Ahnung. Eigentlich sollte das ja nicht gehen. Das gibt es ja nicht gesammelt. Das gibt es doch gar nicht. Äh, da ist er. Okay. Nochmal. Was können wir denn machen? Also hoch. Schmeißen. Ich bin so voll. Und... Wo ist er? Da unten. Ah ja, gut. Zack. Kaputt. Hast du super gemacht. Danke. Danke. Danke fürs Anfeuern. Ja. Go, go. Nur deswegen konnte ich das. Ich stand eigentlich voll ratlos vor dieser verdammten Munition. Denkt mir nur so, wie kriege ich denn das mit? Wie nehme ich die denn? Ja. Ich stelle mir das gerade so in echt vor. Stehst du da vor? Kein Platz. Ja. Aha. Scheiß auf Munition. So. Ich bin scheinbar so voll, dass es in Ordnung ist. Überlegen Sie sich das. Also, Ada darf nicht davon kommen. Das nehme ich auf jeden Fall. Okay. Ich bin ready. Ich auch. Endlich. Kriechen. Kriechen? Das ist gut, dass das da jetzt steht. Was? Wo? Bei mir stand, wie man kriecht. Echt? Wie geht denn das? Das war zu schnell. Ah. Der Ladebildschirm war zu schnell. Ja. Aber ich glaube, wir sind schon mal gekrochen. Scheiße. So will ich nicht sterben. Ja, ist ja in Ordnung. Du stirbst schon nicht. Wie zur Hölle ist er denn gestorben? Keine Ahnung. Sieht eigentlich noch ganz human. Ja. Was heißt human? Also, er ist nicht zerfetzt. Er ist ein bisschen Blut. Er hat seinen Kopf noch. Du stirbst schon nicht. Alles gut. Hä? Er hat seinen Kopf noch? Ja. Wacht doch mal. Was erwartest du denn? Er hat doch seinen Kopf noch. Er ist doch noch dran. Ja, ist doch alles okay. Ist doch alles gut. Oh, hier ist so ein Emblem. Ich habe das gerade kaputt gemacht. Und du sagst nichts. Weil du mir hinterher kommst. Da dachte ich, du siehst das. Puh. Ich habe es dir gleich gesagt. Obwohl du in dem Raum warst. Was ist hier los? Okay, wir haben ein neues Ziel scheinbar. Ach, das ist die Schlange. Die verdammte Schlange. Unsichtbare Schlange. Wahrscheinlich kommen wir bestimmt gleich in irgendeinem Gebiet, wo man... Ich glaube, ich heile mich mal lieber gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich... Ah, ja. Heilen ist gut. Genau. Ähm, ich glaube, wir kommen bestimmt in so eine Art Gebiet oder sowas, wo vielleicht Rauch oder Qualm ist, wo man halt immer so schemenhaft erkennen kann, wo die vielleicht das Kopf ist. Ja. Weil sonst wäre es scheiße. Ja. Sonst kannst du die ja gar nicht machen. Ja, deswegen. Okay, Video. Das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Ich muss sagen, ich habe nicht wirklich Angst vor Schlangen. Aber ich glaube, wenn ich eine live sehen würde, hätte ich schon tierisch Respekt davor. Ich hatte schon eine, um... Also eine, die versucht, einen anzugreifen oder so. Ja, so in echt, das stimmt. Und ich hatte mal eine um den Hals. Das war cool. Aber das war halt auch mit jemandem, der für die da war. Ja. Ja, ich hatte halt den Kopf bei mir. Also das war so ganz viele Menschen nebeneinander. Und die Schlange hing dann so drumrum und ich hatte den Kopf halt bei mir hängen. Ja, ja, genau so was haben wir damals auch gemacht. Das fand ich ganz cool. Wir durften die auch streicheln. Die war irgendwie ganz, ganz weich irgendwie. So, so seitig. Keine Ahnung, ganz schlecht zu erklären. Die war eigentlich echt süß. Die hat sich gefreut. Bestimmt. Wahrscheinlich innerlich sich gedacht, oh scheiße, schon wieder werde ich angetatscht, ja? Ja. Nervig. Ich will schlafen. So. Das wäre dann ich. Boah, ich habe in letzter Zeit so viel geschlafen. Aber das musste so dringend sein. Hier hinten ist nochmal Munition. Das ist furchtbar. Ich bin wegen der Hitze so müde, aber ich kann wegen der Hitze nicht schlafen. Oh, das kenne ich aber. Ich habe komplett, ja, klingt doof, aber ich habe halt ohne alles geschlafen, ne? Und auf der Decke statt unter der Decke, weil es ging nicht anders. Das kann ich nicht. Ich kann nicht ohne Decke schlafen. Ich kann immer und überall schlafen, aber nicht ohne Decke. Ach was. Ja. Und ich muss immer bis oben, bis zur Nasenspitze zugedeckt sein. Boah, nee. Ich würde so kaputt gehen. Auch im Hochsommer. Ich kann sonst nicht schlafen. Ich würde so kaputt gehen. Das kenne ich gar nicht. So, ich bin verwirrt. Wo müssen wir denn hin? Ja, hier, hier, hier runter. Hier. Ups. Wo geht es hier runter? Ich bin... Hä? Ich war doch gerade dort. Wieso bin ich jetzt wieder hier? Ich war gerade richtig, dann bin ich zu dir und jetzt finde ich den Weg nicht mehr. Oh! Mei, oh mei, oh mei. Moment. Merkwürdig. Also, irgendwie kann ich mich verlaufen. Also, hier runter. Hier ist ja auch so ein Ding. So ein Zielding. Ja. Und dann an den Männern vorbei. Traurig sein, dass der Keaton stirbt. Und ich glaube, hier lang. Oder kommen wir von hier? Ich habe keine Ahnung. Äh, hier lang? Ich bin irgendwie... Wie gesagt, hier ist ja so ein Ziel. Ich war schon dort und bin wieder zurück, weil ich eben noch nicht dahin wollte. Ja. Und jetzt finde ich es auch nicht mehr. Hä? Moment. Das ist ja jetzt komisch. Musste man irgendwo runter oder hochklettern? Runter! Hier, jetzt habe ich es. Okay, okay, Moment. Bleib, wo du bist. Ach, warte mal, hä? Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Wie kann man denn so extremst sich verlaufen? Ich stehe jetzt an der Tür und warte. Merkwürdig. So. Also, manchmal ist echt komisch hier. Ja. Mir ist ja genau das gleiche passiert. Weil ich wieder zurückgegangen bin, weil ich gedacht habe, vielleicht ist ja oben noch mehr. Ja. Und dann habe ich den Weg nicht mehr gefunden. Was haben wir denn hier? Bonbons? Bonbons! Ja, und ich finde meine, meine Seidendecke nicht mehr. Hui! Oh. Also, keine Seide. Irgend so was ähnliches in Billig. Satin. Keine Ahnung. Ja. Jedenfalls war die so schön kühlend. Und die habe ich dann im Sommer halt immer hergenommen als Decke. Und ich finde sie nicht mehr. Alles in Kartons schon irgendwo. Und die halt auch. Weil ich ja eigentlich jetzt schon umgezogen sein wollte. Ja. Da habe ich gedacht, ich brauche meine Sommersachen nicht. Ja, ja. Das kommt ja jetzt alles. Ja. Den Monat hältst du noch durch. Wenn alles gut geht, ja! Ah! Boah, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diesen Boss. Ich auch nicht. Oh, nee. Aber wir haben ja jetzt zum Glück ein bisschen Munition wieder. Und wir haben immer noch den Raketenwerfer, oder nicht? Ja. Oh nein. Helfen Sie mir. Das heißt meistens sowas wie... Ah, nee. Gott sei Dank. Nee, nee. Ich helfe dir. Heben Sie mich rüber. Oh nein. Ich muss das alleine machen. Und so ein Zeug. Ja, mach die Schlange mal alleine, bitte. Das finde ich gut. Hui! Nee, also so wichtig wäre mir mein Job nicht, damit ich mein Leben dafür opfer. Nee, nee. Aber es ist ja überall. Das stimmt. Hier, Pierce. Ich bin im zweiten Stock. Ach ja, super. Wir sind wirklich getrennt. Ich kann das nicht finden. Reißen Sie sich zusammen, Marco. Wo sind Sie? Kontrollpunkt auch. Oh, Kacke. Ich glaube, das Ding ist hier. Gott sei Dank nicht bei mir. Alle herkommen sofort. Okay. Okay. Erster Stock. Ich bin im Film in der Bye-bye. Vielen Dank.